Wir haben hier unsere KS-Kette. Das sieht hier aber auf jeden Fall schon ganz schön gefährlich aus. Das sieht gefährlich aus, ist aber nicht ganz so gefährlich wie es aussieht. Was kann das Ganze denn? Was kann diese Kette? Ja, das sind Spikes. Man kann also mit dieser Kette, haben wir Maschinen im Einsatz, die bis zu 100 Prozent Steigung mit dieser Kette ohne weiteres überbrücken können. 100 Prozent Steigung. Wird sehr viel bei Schlegelmähern eingesetzt, auf Autobahnen, wenn die eine extreme Handlage haben, dass sie also nicht schräg zur Seite abrutschen können. Hier haben wir im Prinzip das Gute der Gummikette kombiniert. Im Prinzip nichts anderes, als wenn ich im Winter, dem Winterreifen noch zusätzlich die Schneeketten draufziehe. Das haben wir im Prinzip hier rüber kopiert. Wie lang dauert es sowas zur Entwicklung? Wir haben hier in dieser Kette circa eine Entwicklungszeit von anderthalb Jahren gehabt. Das heißt mit Vorentwicklung der Kette selber und letztendlich Tests bei Erstausrüstungspartnern, die heute aber sehr erfolgreich im Markt diese Ketten einsetzt.